Hey, hallo. Heute mache ich ein Video mit Wiesenheu. Das ist ein hundertprozentiges Produkt von Pinster von der Firma Eigenmarke Rossmann. Ich dachte, dass das vielleicht ein paar schöne Geräusche macht. Ich nehme das natürlich für meine Meerschweinchen. Hallo. Na, tut kleine Armstache. Sollte. Wenn ihr das riechen könntet. Das riecht total nach Kräuter. Der Fries. Der Soma. Okay. Das brauchen alle Nagel, die ihre Nagel haben, damit sie ihre Zähne abschleifen. So, das ist ein kleines Gemüse, das ist ein kleines Gemüse, das ist ein kleines Gemüse. So, das ist ein kleines Gemüse. So, das riecht total stark. So, das riecht total stark. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt Geruchsüberwindung. Ihr würdet echt einen sehr, sehr angenehmen, intensiven Geruch nach Wiesen, Kräutern wahrnehmen. Und könntet euch vorstellen, auf einer Sommerwiese zu leben. Ihr könnt ja auch die Augen schließen. Und wir machen eine kleine Reise. Und zwar dorthin zu einer schönen, schönen, grünen Wiese. Und da steht ein großer Baum. Ein Apfelbaum. Auf der Wiese wachsen viele, viele Kornblumen, wilde Blumen und wilde Kräuter. Es ist wunderschön, wenn ihr euch umblickt, alles sprießt im saftigen Grün und vielen Farben. Der Himmel ist Himmelblau mit ein paar kleinen, 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 mit ein paar kleinen Wattenwölkchen. Man könnte sie anstupsen. So federleicht sehen sie aus. Die Sonne scheint. Man sieht ein paar Schmetterlinge. Ein paar Vögel fliegen umher. Alles ist so harmonisch. Dann breitet ihr eure Picknickdecke aus. Die ist rot. Mit weißen Puppen. Die Vögel zwitschern. Man hört auch ein paar Bienensummen. Dann habt ihr die Decke schön ausgebreitet. Die Decke schön ausgebreitet. Und ihr habt noch einen schönen Picknickhund dabei. den packt ihr langsam aus. Dort ist ein wenig Essgeschirr bei. frisches Spaghetti. frischer Käse. frischer Käse. frischen frischer Käse. frische Käse. frischer Käse. frischer Käse. frischen Käse. Orangensaft und ein frisches Landbrot. Und in einer Thermoskalle ist frisch aufgebrühter Tee. Du machst es dir gemütlich. Du kannst das Picknick ganz allein genießen. Die Ruhe und die Stille mit dir selbst. Du kannst aber, wenn du willst, dir auch ein Gast hinzuholen. Ein Partner deiner Wahl. Ein Picknick-Partner. Das kann eine Frau sein. Kann ein Mann sein. Kann eine Verwandte sein. Ein Kind. Ein Haustier. Und wie du möchtest. Und dann genießt du das Picknick. Du probierst von den ganzen Leckereien, die du ausgebreitet hast, auf der schönen, roten, weiß gepumpteten Picknick-Decke. Du probierst ein Stück von den leckeren Käse. Du schneidest dir etwas vom Schinken ab. Brichst dir etwas vom Baguette und Brot ab. Und lässt dir den Käse, den Schinken und die schön geräucherte Salami schmecken. Hin und wieder isst du ein Stück Melone und eine Tomate. Du lässt es dir richtig gut gehen. Du genießt es ganz in Ruhe, ein Picknick zu machen. Du genießt die Stille, die Farben der Natur, die Geräusche der Natur. Und konzentrierst dich ganz einfach nur auf dich. und auf die schöne Aussicht um dich herum. Das Grün. Die bunten Farben. Der Wesenblumen. Die Vögel. Du beobachtest die Schmetterlinge. Und saugst alle Eindrücke ganz tief in dich hinein. Und genießt den Augenblick. Und genießt den Augenblick. Und damit lass ich dich jetzt allein. Wenn du möchtest, kannst du dir ein Blatt Papier nehmen. und diese Sommerwiese mit der Picknickdecke, mit dem Picknickgub, mit dem Baum, mit den Vögel, mit den Schmetterlingen. Und all das, was du siehst, wenn du möchtest, kannst du das Bild festhalten. Und erst aus deiner Erinnerung. Jetzt mal. Vielleicht macht es dir Spaß und entspannt dich. oder aber du genießt es einfach noch auf deiner Picknickdecke. und schaust in den Himmel. Und genießt die Stille. Ich lass dich jetzt alleine. Und ich wünsch dir noch eine angenehme Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Du kannst noch in deinen Gedanken verweilen. Bis bald, eure Ina. Bis bald. Ina. 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 Vielen Dank.